Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange Before the Storm. Vogel! Waren Alkohol-Water, seit... ...there's Evan, ...putting his pretentious art above his sanity, ...as usual. In a way, that's kind of badass. Shh... What are you doing here? Aren't you supposed to be at home, ...thinking over your endless list of questionable decisions? Dude, why do you care about my questionable decisions? It offends me when intelligence is wasted. Did Evan just call me intelligent? Damn straight. Wow, Evan looks really ridiculous. Chloe? Uh-huh? I've learned something about myself recently. Something that I think you might understand. I've learned that if I'm passionate about something, it's probably the right thing to care about. Forest fires, for example. You were the only person who signed my petition. I mean, seriously signed it. That's pretty sad. I'm a low bar, but did you really expect people to care? People are so eager to pass on responsibility to anyone else so that they can live comfortable, unworried, and ultimately meaningless lives. You see what happened? Looks like you were right. Go, Evan. You're a hero of the people. I know you feel like I do. About different things, I'm sure. But you only give a shit about what you give a shit about. I like that. Anyway, you're not supposed to be here. You should leave. What are we doing there? Is there something just... There's something... There's something... There's something... There's something... There's something... I think... That's some intellectual shit, Samuel. Den können we reden. Such a nice, white door. Though it feels like it's missing something. Doesn't it, Samuel? Blackwell's a resident, creepy groundskeeper. Hey, Samuel! Keeping busy? Always, Chloe Price. I didn't think you'd be returning to these hallowed halls so soon. Neither did I. I have the feeling it wasn't the books or bricks of Blackwell that led you back. What? You're here for someone, especially someone, yes? What do you think of Rachel Amber? Rachel Amber is a dragon made of diamonds. Oh. That's, uh, deep. Do you just make this shit up on the fly, or do you, like, write it down beforehand? Are you angry all the time because you like the way it feels? Or is it merely a desperate defense against experiencing true intimacy with others? I'm, uh, looking for Drew North. Most look at Drew North and see only the athlete, but he is more than that. He is? A great heart he has, with much love and no room for fear. I've always thought he was kind of a bully. He may be that, too. No one is just one thing. So, uh, what about Elliot Hampton? Have you seen him recently? I only see what Elliot wants me to see. Okay. Usually I can see both what people want me to see and what they want to keep hidden. Hmm. And, uh, what do I want to keep hidden? That you are lonely and afraid. Er hat recht. It's okay not to be okay, Chloe Price. I've gotta go, man. Uh, it's been real. I often wonder what real is. Farewell, Chloe Price. Aber er hat recht, er hat recht. Wie kriege ich den da raus? Ich muss ihn wahrscheinlich rauskriegen, damit ich diese Tür anmalen kann. Wie schaffe ich das? Vielleicht mit diesem komischen Spender da? Äh, Sprenger? Blackwell Academy. Konserving water since... never. You shouldn't be on campus, Chloe. Hmm. Evan's subject for the day. Better you than me, Bird. Hmm. Samuel. Blackwell's a resident creepy groundskeeper. Such a nice, white door. Though, it feels like it's missing something. Doesn't it? Too bad I can't tag it with Samuel standing right there. Aber ich kriege ihn leider nicht raus. Ich kriege ihn nicht raus. Ist auch Vogelfutter. Äh, oh. Mit dem Stock kann ich auch nichts anfangen. Da auch nicht. Bank, da kann ich mich hinsetzen. Einmal bitte nachdenken. Kann ich auch was trinken? Boah, mich juckt sie ganz. Ich hab falsches Waschmittel gekauft. Es fühlt sich nicht anders. Ich bin hier nicht mehr. Es ist nicht meine Schule. Ich, äh, ich habe eine Schule. Aber nichts fühlt sich anders. Alles fühlt sich noch nicht anders. ...schitti. Und hier bin ich. About to break into the freaking dorm so I can steal money that Drew owes my drug dealer. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Okay, ich weiß, was das war. Ich hab ne Mücke gestochen. Oh. Ich hab mich schon gefragt, was das ist, ey. Ich weiß nicht, wie ich das anmacht. Figures. Looks like my options are become a master lockpicker or swipe someone's keys. Um. Bingo. If only those keys were unsupervised. What's Samuel working on? The sprinklers? Uh. Jetzt können wir was machen. If Samuel's working on the sprinklers, some damage here might get his attention. But Evan is right there. Ugh. Hey. Shit. I wanted you to go the other way. like as far as possible the other way. Time for a fresh start. Here we go. Genau, so ist gut. Jetzt ist er doch auch da. Ach da. Genau, super. Was ist er da hinten wieder? Wie krieg ich das denn hin? Almost there. Ah. Ah. Oh. Perfect. Ja, lauf. Lauf mal schnell hin. Mach dein Foto. Steff ist eh beschäftigt. Die sieht das nicht. Awesome. Now I just have to wait for Samuel to turn on the... That works. Und dieser Samuel, der ist so knuffig, ne? Hm. Es wirkt so ein bisschen unbeholfen. Oh scheiße, wie oft kann eine Mücke einen denn stechen, ey? Sind die nicht irgendwann mal satt? Von mir aus soll die mich einmal stechen und trinken, so viel sie will, aber mich nicht zwanzigmal stechen. Ich hasse sowas. So, die tun wir jetzt schnell anmalen. Dann was nehmen wir denn? Äh, Friedensangebot an die Eichhörnchen. Eichhörnchen geht's am Schwanz vorbei. Ich weiß, wie oft sind die Eichhörnchen. Wie könnte ich denn sonst die Schüssel stibitzen? Ich habe ja sonst keinen anderen. Da kommt einer raus. Ich besuche einen Freund, ich bin auf geheimer Mission. Samuel sagt, es ist okay. Samuel möchte ich nicht mit reinziehen und ich glaube auch nicht, dass der viel zu sagen hat. Als Hausmeister um der alten Zeit willen, ich gehe da rein. Ich bin auf der Seite, Mann. Du musst nur das auf der Seite lassen. Ich glaube nicht, dass ich das kann. In Wahrheit, ich denke, dass ich dich zu sagen, dass du echte Geschäftsführung ist, oder dass du auf der Blackwell-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall. Oh, das tut aber schwer. Ja. 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 Ich bin mein Job, zu fragen, Chloe. Du Job ist dann so creepy, das macht dich ein bisschen ein Creeper. Oh, das ist nicht so. Du wissen, was Welles würde mir machen, wenn ich nicht, wie ich... ...wenn ich... ...pattröle? Ich bin nicht ein Student, aber sicher, das nicht zu verhören. Ich dachte, wir waren Freunde. Wo ist das? Ich dachte, wir waren Freunde, aber wenn der Mann kommt auf dich, du kommst auf mich. Was ist das? Schau, schau, schau! Ich bin wirklich Entschuldigung, Chloe. Ich bin jetzt so verholt. Schau einfach die andere Richtung, Skip. Es ist nicht so, dass ich mit nichts Kriminelles bin. Ich muss nur... ...durchfangen, die bathroom zu nutzen. Ich weiß nicht was, was zu tun. Geräusche. Meine Uterus ist auf Feuer, Mann. Was? Ist das... ...deskriptiv genug? Ich will nicht wissen, aber... En fuego, Utero, Skip. En fuego, Utero. Ich weiß nicht was zu sagen. Ich bin so sorry. Matthews. Ich bin hier? Ich habe einen Beweis von einem Unbekannte Fahrzeug in der Parking-Lot. Oh. Thank God. Oh. Ich bin auf. Ich will nicht mehr sagen. Mach was du tun musst. Okay? Ich will nicht niemanden sagen. Irgendwie tat mir das jetzt auch leid ihm, das... Ne? Aber... Wie geht's? Hast du schon gefunden? Entspann dich, Mann. Das waren gerade mal 5 Minuten. Sind schon 20 Minuten. Okay, okay. Schon dabei. Beeil dich. Hätten wir die Schlüssel gar nicht klauen brauchen, ne? Aber wir sind ja auch so befreundet auf eine Art, sag ich jetzt mal, ne? Und ihm das dann so anzutun. Also ich bin schon froh, dass wir ihn nicht blöd angemacht haben, sondern dass wir ihn wirklich so eine Art Schuldgefühle halt eingeredet haben. Das macht's wesentlich angenehmer, obwohl er mir trotzdem leid tut. Okay, welcher ist Drews Raum? Oh, Neuigkeiten zum Feuer, Acadia Bay, Forbsbehörde, Acadia Bay, mhm. Feuer im Culmin... Culmination Nationalpark, jetzt 50% unter Kontrolle. Zusätzlich Straßenschließungen, Details in örtlichen Meldungen. Alles klar. Jupp, einmal drehen. Boren ist schon da. Elliot Hampton... Hayden Johnson... 110. Na gut, ich geh aber trotzdem ja eh alles durchgucken. Ich geh mal rein. Oh, halt nicht viel... Ah, doch. Das ist ein Freund von Einstein. 1 plus Respekt. Chloé, du warst ja auch... Gut. Die Welt breitst alle. Und nachher sind einige starken in den brokenen Plätzen. Warum macht das mich so schade? Dann liest Hemingway. Es ist so lange, seit Elliot und ich eigentlich ein Konzert zusammengekommen sind. Hoffentlich finden wir jetzt nicht gleich irgendwas, ähm... Elliot's Mom seems... Nice. Gesagt, ich lese ja nur wichtige Sachen vor, so etwas könnt ihr stoppen und selber lesen. Lucky Dana. Warren Graham is such a... Nerd. Huh. There's way less porn here than I would have thought. Chloe Elizabeth Price, Acadia Bay, Chloe Elizabeth Price, Chloe Price, der Sturmzitat, der Sturmtickets, Blackwell, Boah. Hat er uns gestoppt? Hm. Da ist ein Foto von uns. Oh ne, Tagebuch, oh ne, müssen wir ein Tagebuch sehen? Wow. I remember this show. Crazy that Elliot would hold on to this picture after so long. Sorry, Leute, ich musste grad mal eben hören, ob mein Hund an seinen Verband dran knabbert. Ich muss da ein bisschen aufpassen. Weil momentan liegt er nämlich ohne Halskrause in seiner Box. Nachts hat er nur die Krause um. Oh, ich muss mich auch nochmal jucken, ey. Scheiße, Mücken, ey. Mein Gott, ich hasse es. Oh, ich will das nicht lesen. Okay, als sie den Raum verließ, es war elektrisch. Er rötete Schwingen, gespannt im Schmerz. Okay, dark. Ich sehe sie im Ziegel und Mörtel, im frisch geschnittenen Gras, Augen blitzen auf wie Münzen. Der Fährmann kann sie nicht haben, sage ich, doch die dunklen Götter lachen. Okay. Wahrscheinlich über dich, der Moment, als die Sonne fast dort ist, die See so umschmeichelnd und warm, wenn konzentriertes Licht die tanzenden Wellen besänftigt, wenn formlose kalte Unendlichkeit sich einer Ebene unterwirft, und nur für einen Augenblick ist alles möglich. Alle sagen ja, mein Herz sagt ja, ihre Augen sagen ja. Elliot ist way more artistic than I thought. Sie sehen sie, und doch sehen sie sie nicht. Wie kann das sein, wenn die ganze Welt negativ und dunkel ist, und sie schreit gleich, einer kreischenden Rakete, Feuer auf ihren Fersen. Wait, are these about me? What the fuck, Elliot? You are about to die? Das ist doch das, was wir geschrieben haben. Wie kindisch sie ist, wie lieblich und grausam. Ihr schwarzes Messer vergießt Worte tropfend vor Tinte. Er meint unseren Stift. Liegende Kondome. Er soll nur Brief machen. Wir sollten die Schublade mal wieder zumachen. Und sieht er ja sofort, dass hier jemand dran war. Ja. I've never been able to get Elliot to play for me. I guess he's either really good or really bad. I knew Elliot did well in class, but I didn't realize he was here on a full ride. No. Elliot's kind of preppy in his own way. Maybe he does belong at Blackwell. Biography? Ach so. Hatten wir schon gesehen. Ja gut, sonst war nichts mehr. Da geht gar nichts. I wanna say that half the fun of Wheat is knowing it's illegal, but I think it'd be just as awesome over the counter. Can I sonst nirgendwo rein? Yeah. Definitely Drew's room. What do I do with Drew's here? Ich würde mal sagen, er ist nicht da. Dass die Zimmer alle nicht abgeschlossen sind. Ah ha. Good. Drew's not here. Okay. If I were Drew, where would I hide my money? Bet the dinner choices are steak. Er, steak. Bet the dinner choices are steak. Huh. Holy shit, Drew. A college scholarship? No wonder you're so into football. I didn't realize Drew was this good at sports. I bet he can't wait to get out of Arcadia Bay. Frank wasn't lying. Looks like Drew sells happy pills to his fellow meatheads. So many folks are shit out of luck around here. At least Drew has some prospects. Too bad I lost my release form. I was really looking forward to running all those sweaty laps. Mm-hm-hm. Dergeron. Yeah. That fucker's dead. Bad guys don't usually look so obvious. But... This is still awesome. Uh... Awesome. Looks like Mikey's been staying here with Drew. Is this allowed? Mikey's figures. Playing that game yesterday was actually fun. Had it really? Uh... They look so happy. Oh, man. Looks like Drew's dad is having a hard time. Mmm... Kiste? Is the money in there? Zahlenschluss. Oh, right. Guess I have to crack a four-digit code. Is the money in there? Oh, right. Guess I have to crack a four-digit code. Okay. Was könnte das sein? Ich hab keine Ahnung. Können wir denn schon was eintippen? Ne. Wir müssen das selber herausfinden. Was könnte das denn sein? Football. Look at that. More numbers. Elf, zwanzig, sechsunddreißig. Passt das? Ich hab nicht gesehen, wie viele das sind. Ah, ne. Es müssen vier Zahlen sein. Hm. I wonder exactly how important 516 is to Drew. Okay. Der 16. Mai. Okay. Ja, aber wir sind ja in... Da wird das ja so gemacht, ne? Dammit. Wrong numbers. Okay. Der 16. Mai ist es... Nee, der 16. Mai ist es nicht. Holy shit, Drew. A college scholarship? No wonder you're so into football. I didn't realize, Drew was... So many folks are shit out of luck around here. Plenty of possible combinations here. Drew North, Michael North. Warte mal. Dezember. Wahrscheinlich Michael North. 19, 96 vielleicht? Durgaron. Ja. And that fucker. Mikey's figures. Playing that game yesterday was actually fun. 1996, hätte ich gesagt, ne? They look so happy. I don't know. I don't know. I don't know. A lot of numbers on here. Would Drew really use something like this for a lock combo? 12-12? Dammit. Wrong numbers. Dammit. Wrong numbers. Scheiße. 1996 war es schon mal falsch. A lot of numbers on here. Das sind fünf Zahlen. Wouldn't Drew really use something like this for a lock combo? Das sind auch fünf Zahlen. Das ist schon mal falsch. Da war nichts. Da war auch nichts. Plenty of possible combinations here. Dann könnte man noch 19, 92. Machen. Und 80, 32. 80, 32. Ja. Might actually need some help with this one. Okay. Okay. Boah. Boah. Schreibt erstmal bitte zu Ende. Ich weiß nicht warum, aber das Spiel mit dir hat irgendwie gar nicht. Wenn du raten müsstest. Was ist Drew am wichtigsten? Komische Frage. Weiß nicht. Mikey vermutlich. Cool. Mal ganz ab vom Thema. Wann ist Mikeys Geburtstag? Noch lange nicht. 27.12. Ich schmeiß wahrscheinlich eine Party. Ich schick dir die Infos. Danke. 1227. Worth a shot. 1227. Yes. This is kind of fun. Ich würde ja echt interessieren, was die machen würde, wenn der jetzt reinkäme. Oh. Did little Drew beat you up too? No. Jackpot. I'm kind of good at this. Pack wieder alles rein. Okay. Got the money. Time to bust out of here. Chloe versteck dich. Hey. Elamon. Chloe? What are you doing here? I was looking for your brother, but he's not here. So. Why? Bro. We gotta go. Yesterday wasn't enough. You want to go another round? Doesn't matter. Mikey, get your stuff. Let's move. Drew. Drew. Relax. Slow down. Oh my god. Ich glaub es gibt Schwierigkeiten. Shit. You're making me think you're nervous about something. Drew. What's going on? Drew. Don't worry about it. Stay in here. And don't say anything, little brother. Whatever you do, don't open the door. You know what's going on? Damon. You shouldn't have come here. School is not the place for this. Okay, meine Lieben. Ich weiß es ist ein böser Cut, aber ich muss Schluss machen und sage tschüss bis zum nächsten Mal.